Hallo liebe Leute und herzlich willkommen beim Sunday Cup Rennen Nummer 8, Rennen Nummer 9 hier bei Gran Turismo Sport die Anfänger Liga. Ja, seit dem letzten Update 1.59 sind ja neue Rennen bei der GT Liga mit hinzugekommen und jetzt starten wir hier wie gesagt mit den Sunday Cup diese beiden Rennen. So und dann geht es schon los hier mit den Sunday Cup Rennen Nummer 8. Ja, eigentlich braucht man gar nicht viel erklären. Ihr startet hier ganz ganz hinten auf den 12. Platz. Ja, also müsst ihr hier demzufolge in diesen Rennen nur 11 Fahrzeuge überholen und dann seid ihr auf dem 1. und dann müsst ihr durch die Ziellinie fahren. Also das ist wie gesagt hier die Anfänger Liga. Ja, auf jeden Fall sehr sehr leicht. Ihr seht schon wie schnell wir hier die anderen Fahrzeuge überholen. Ja, sollte auf jeden Fall kein Problem darstellen hier den 1. Platz zu erreichen. So, 4. Platz, 3. Platz ging sehr sehr zügig auf jeden Fall. Zwei Fahrzeuge müssen wir noch überholen. So, jetzt überholen wir den, dann haben wir schon den zweiten, ein Fahrzeug und dann haben wir auch schon hier in diesen Rennen den 1. Platz erreicht. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen Gas und zack sind wir vorbei. Wurde ich sagen, switchen wir vor zu Siegerehrung. Hier noch die letzten Meter durch die Ziellinie hin durch. Jawohl, drunter haben wir Sunday Cup Rennen Nummer 8 hier auf Gold abgeschlossen. Ja, dann gibt es noch Preisgeld zu gewinnen, verdiente Meilen, zurückgelegte Strecke und Erfahrungspunkte. Ja, dann starten wir hier gleich weiter mit dem Sunday Cup Rennen Nummer 9. Ja, ihr startet genauso wie in den Rennen davor auf den 12. Platz und müsst hier denn auch 11 Fahrzeuge überholen und das Ganze geht wieder relativ zügig. Kommt natürlich immer drauf an, welches Fahrzeug ihr nehmt, ist völlig klar. Aber wir konnten hier am Anfang schon einige Fahrzeuge überholen, sind jetzt schon auf dem 5. Platz, da der vierte, dritte, zweite, ja, also geht hier mega schnell auf jeden Fall voran. Vorne ist noch ein Fahrzeug, das müssen wir jetzt noch überholen. Ja, wenn wir jetzt hier mal vorbeifahren so. So, das war es schon, haben wir den ersten Platz, switchen wir hier auch wieder vor zum letzten Meter hier, zum letzten Runde. Und dann geht es hier weiter zur Siegerehrung. Sunday Cup Rennen Nummer 9, hier auch die Goldmedaille erreicht. Ja, auf jeden Fall, Anfängerliga sagt ja schon einiges aus, ist auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Preisgeld gibt es wieder zu gewinnen, verdiente Meilen, zurückgelegte Strecke und Erfahrungspunkte gibt es hier natürlich auch wieder. Und Handicap Bonus hatten wir sogar hiermit auch dabei. Ja, liebe Leute, das war die Anfängerliga, Sunday Cup Rennen Nummer 8 und Rennen Nummer 9 vom letzten Update 1.59. Es ist neu mit hinzugekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche allen da draußen weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport.